Das BeFit in Neuss bietet Premium-Indoor-Trainingsmöglichkeiten, ohne Zugeständnisse in puncto Qualität oder Ausstattung zu machen. Größter Wert wird dabei auf die Qualifikation und Ausbildung des Personals gelegt. So ist die Marke BeFit bereits seit acht Jahren anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK und Ausbildungspartner der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Im Jahr 2013 belegte BeFit den ersten Platz im Bereich Probetrainingsanleitung und Trainingsplanerstellung bei einem deutschlandweiten Vergleich aller Fitnessstudio-Ketten. So wird bei der individuellen Beratung und der Erstellung des persönlichen Trainingsplans sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen stets erstklassig mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017